die 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 hallo und herzlich willkommen dabei bei Folge 3 Staffel 2 der Gerys Motserie schon jetzt mal jemanden zur Geiselnahme ähm kommen sie mal bitte kurz mitkommen ich hab da eine wichtige Frage hallo kommen sie bitte mal kurz mit hallo können sie hallo hallo können sie bitte kurz mal mitkommen äh ich hab da ne Frage also meine Pünter und so hab ich entdeckt doch ich kann ja nicht mit äh sie sind doch Staatsbeamte sie mussten sich doch drum kümmern ja das ist aber schon ein bisschen fehlapie ne wenn du denkst dass ich Terrorist bin ja er muss dann nur mit dem Admin drohen dann geht das so hab ich dann meine Pünter entdeckt und äh das ist ziemlich hart sag ich mal so ne und und zwar hier drinnen hier drinnen können sie mal bitte stehen bleiben hallo können sie mal bitte stehen bleiben bitte mal stehen bleiben hallo bleiben sie jetzt mal stehen machen sie mal die Waffe runter so du folgst mir jetzt oder du stirbst hallo was soll denn das ach meine Güte hier hoppala das war jetzt bisschen fehl gut da ist er jetzt vorbeider kam jetzt mal jetzt mal jetzt mal in nächster Zeit jemand anderen als Geil sind eben die war ähm ähm ich denk ist er besser weil äh so unerfahrene Leute die ähm machen da oft nicht mit und so die und die Fesseln vom ähm Terroristen die sind sowieso immer ein bisschen schwach warte ich hol mir jetzt hier mal irgendjemand ey ey du ey ich hab da meine Pünter die du klauen kannst äh beziehungsweise verkaufen kannst ich hab meine Pünter die du klauen kannst komm mal mit ich hab da meine Pünter entdeckt die du klauen kannst wenn du Bock hast ich komm gleich wieder ja ja hast du den Gangster was gesehen ne äh du hallo ich hab da äh paar meine Pünter entdeckt die du klauen kannst aha wo 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 sag mal ja hast 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 mal Bock mitzukommen haha ich hab Bock mitzukommen ja obwohl warte sag jetzt mal wo bitte ja hier oben links direkt das ist zwar Terroristen gehört das Zeug aber was soll ich denn das ja da hier kennst du das Passwort ne ne ja da ja ich bin aber weg hier ne ich muss ein Keypad nix holen ok bevorste mal so drauf hinweisen und so düm 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 Welche Falle denn überhaupt? Ich bin Bürger, meine Güte. Ja, äh, ich bin Bürger, das weißt du schon, ne? Äh. Oh Gott, siehst du mir, Alter. Hallo. Wer bist du? Ja. Wieso? Wo bist du überhaupt? Schönen Tag noch. Ey. Ja. Brauchst du was? Äh, ne, hab ich nicht. Brauchst du was? Ähm, ne. Okay. Ja. Ehrlich, ich kann einfach auch zugeben. Nee, ich hier hinten. Nee, ne, brauch ich nicht, will ich nicht. Brauch ich nicht, hab ich nicht, will ich nicht. Oh, warte. So, pass auf. Hat er ein paar Probleme. Okay, ich hab, da oben ist da noch jemand. Da oben ist doch noch eigentlich ein Dieb. Müsste noch ein Dieb sein. Ja, komm, Moment. Wo ist eigentlich der Herr Manuel hin? Ich such den. Wegen, ne? Der heißt den Namen oder so. Ich habe das Gefühl, das ist eine Droge. Nein, das ist nicht. Äh, können sie mal bitte kurz mitkommen? Habt ihr da ab? Hallo, können sie mal bitte mitkommen? Und zwar, ich hab da... Nein, Alkohol. Ich verschwinde! Hallo? Hallo, die haben gerade andere Sänger zu tun. Ich bin auf dem Zerberher. 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 Nee, brauchen sie nicht. Also, es handelt sich nur... S.E.K., S.E.K., S.E.K. Also, ich weiß nicht, ob wir dafür jetzt das Zerberher kommen. Aber, ich weiß nicht, ob er will, er will was anderes. Er will, dass ich alleine komme. Und wenn, sonst wollen die ja das zu zweit geben. Ich meine, das ist ja nicht so schlimm, oder? Ja, klar. Aber, S.E.K., ich weiß nicht, ob das dafür nötig ist, ne? Für eine Ruhestörung. Ach, das geht schon. Aber, ich denke, das ist... Weil, ich finde, das ist verprasselungen der Steuergelder. Dann werde ich jetzt mal zum Bürgermeister gehen. Dann werde ich jetzt mal zum Bürgermeister gehen, was der dazu sagt. Oh, der ist da und gerade. Der Rasselung der Spendengelder, meine Damen und Herren. Hallo? Ist gar keiner. Können Sie mal kurz mitkommen? Ich habe da ein Problem. Mit meiner Mikrowelle. Ich muss halt was machen. Ah, wie alle nicht wollen, ne? Können Sie jetzt mal mitkommen? Ich wollte Ihnen doch was zeigen, hier. Ja, was denn? Ja, die waren die Printer. Haha. Oh Gott. Ja, die waren die Printer? Ja. Meine Printer zum Klauen. Also, das ist jetzt nur, weil die machen extrem Lernen bei meinen Nachbarn. Und, ähm, deshalb wäre es besser, wenn die jetzt außer Seen geklaut wären, ne? Einfach so. Ja. Ja, ich finde, das ist ein Assi-Nachbarn. Also, da drin waren die irgendwie... Keine Ahnung. So, sie kommen jetzt mit mir, wenn sie sich befreien sind, sind sie tot, kommen sie mit mir. Ah, ah. So, sie kommen mit mir, habe ich gesagt. Ja, okay. Kannst du. Ja. Haben sie keinen Bock auf den Geiselnamen oder so? Weil ich finde das ziemlich nice immer. Ja, ich finde das immer nice. Also, ich finde, meine Geisel, äh, finden das auch immer nice. Also, ich weiß gar nicht was sie haben. Also, kommen sie mal einfach mit. Mit kommen einfach. Ja, aber mitkommen. Ähm, ja. Geradeaus. Geradeaus gehen. Geradeaus. Weiter. Da. Da. Dann gehen. Hopp. Ich gehe hinter ihnen. Links rein. Sie können sich gleich befreien hier, wenn sie in der Psychiatrie sind. So. Äh, wenn ich jetzt das Tor aufmache. Hallo, sie befreien sich. Das wissen sie schon. So, ich habe ihnen die Waffe weggenommen und das Funkgerät. Ja. Ja. Ist ja bei Schuld würde ich sagen. Oh. Ich habe Pech gehabt. Na gut, dann halt nicht. Schade, schade. Schade, schade. Schade, schade. Schade, schade Schokolade. Ja gut, dann holen wir uns eine andere Geise, weil das war ja keine Geisenname. Wenn, ähm, wo die sich ja irgendwie dann befreien oder was weiß ich. Före bzw. Für Party? Hab ich ja noch eine. Sind die da von vorhin? Wenn die da von vorhin? Wie bitte? Sind die da von vorhin? Wie bitte? Wer denn? Hä, was haben die denn jetzt? Meine Güte. So, nehmen wir jetzt mal den. Oder? Hallo, äh ich wollte ihnen doch die meinunglichen Date zeigen. Herr Manuel? Mann, ich wollte ihnen doch die Moneyprinter zeigen, ne, nicht, ne, ich hab das, äh, achso, äh, sie wollten ja da einbrechen, hab ich gesehen, ja, wie gesagt, das sind meine Nachbarn, das ist mein Bruder, mein Zwingungsbruder, und, ähm, äh, und, äh, die, die Moneyprinter von denen sind extrem laut, und ich möchte, dass sie zufällig, sag ich mal, gestohlen werden, ne, oder ich danke, gut zufallen, Warte, na gut, nein, äh, sie wollen, sie wollen die doch klauen, sie wollen die doch klauen, oder nicht, ja, stimmt, ich hab aber keinen Schwarzbackdealer, haben sie einen keypadcracker doch nicht, haben sie den KOS als globesgebaut, okay, was ist denn, was ist denn hier, was ist denn hier, nehmen, äh, ist da jetzt hier, was ist, was ist denn hier, äh, das war's, äh, das ist mein Zwillingsbruder hier das ist mein Zwillingsbruder und weil das ist ein ganz böser und der hat da glaube ich Maniput da drin und ich wohne ja direkt nebenan und die sind ziemlich laut ob man die dann vielleicht entfernen kann also komm so am besten mal mit ich zeig ihm mal das anwesend hier dann halt nicht wie so eine Geiselnahme ja ich habe ihnen das doch gesagt dass mein dass mein Bruder hier böse ist aber das heißt ja nichts da steht gar nichts drauf da steht da gar nicht drauf ne ich habe ihnen kein Personal in gegeben ich werde es ihnen erstmal ich habe den Tag den Code von meinem von meinem Bruder nicht also Prozent sie müssen sie meinen Bruder fragen kann ich jetzt nichts machen ja dann äh ich mach gerne mal die Tür hier auf sag ich mal so ne also aber den habe ich nur wegen meinem Bruder so können sie dann kommen wir unten drinnen durch ja komm der will hier durch ne sie müssen sich schon ducken sie müssen sich schon ducken ja klar ja klar kein Problem Moment wie bitte wie bitte wie bitte wie bitte ja wie bitte wie bitte wenn der merkt dass ich hier leute reingelassen habe ich hab ja hier nix illegales sag ich mal so ne ich hätte ihn das wort eben fast getötet sag ich mal so ne aber irgendwas konnte mich davon abhalten so was ist der jetzt hier meine güte meine beste die waffe mega geil wie heißt die hkmp gut ja wie gesagt dinge ziemlich gut da können sie mal mitkommen bitte herr grün ich habe du weißt dass ich mal bin ja ok wer weiß denn das ja gut ich nehme ja gerade auf ne wisst ja im video pass auf wir werden jetzt wir werden jetzt wir werden jetzt wir werden jetzt sich als geile nehmen beziehungsweise ich werde ich als geile nehmen